Also zum Beispiel, dass irgendwie ein Träger auf eine Stahlplatte oder sowas trifft und dann merkt man, oh, da muss ich auch was aussparen. Das funktioniert ja gar nicht so wie im 2D-Grundrissplan. Papier ist geduldig, aber im 3D sieht man halt gleich, hey, da haben wir noch was zu bearbeiten. Genau dieser Punkt ist der 0, 0, 0 Wert sozusagen in X, Y und Z. Alles, was jetzt hier keine Zahl dran stehen hat, diese Dokumente, die greifen auf diese Ebene in diesem Geschoss hier zu. Aus meiner Tragwerksplaner-Brille ist es wichtig, dass der Stahlbeton an Schicht 1 ist. Jetzt haben wir den Schnittbereich von hier nach hier gewählt und sehen dann in diesem Schnitt diese Eisen. Und wenn der Schnittbereich aber bis hier raus geht, dann sehen wir auch diese Saumbügel in diesem Schnittbereich. Und das wollen wir natürlich nicht. Grüßt euch, servus. Ich zeige euch heute, wie ihr von 2D ein bisschen ausprobieren könnt, wie ihr in 3D übergehen könnt und was da die Vorteile sind. Ob das dann schon BIM ist oder nicht, sei einfach mal dahingestellt, ihr wollt jetzt erst mal einen Vorteil haben von der 3D-Planung. Ja klar, BIM ist ein Vorteil davon, egal ob er Little BIM, Close BIM, Open BIM, Big BIM ist, ihr braucht einfach eine Intelligenz hinter den Modellen. Und das funktioniert am besten, wenn es in 3D erzeugt wird. Und da ich überhaupt überzeugt bin, dass in 3D nur Vorteile liegen im Gegensatz zu 2D, zeige ich euch das Ganze mal. Wie startet ihr also, wenn ihr davor nur 2D gezeichnet habt? Als erstes hat man eigentlich eine Art Vorlaufprojekt. Vorlageprojekt, nennt ihr wie es wollt. Dort stellt ihr alles Mögliche ein, über einen Assistenten, über eine Bauwerkstruktur, wie eure Bauteile auszusehen haben. Das heißt, ihr müsst die nicht jedes Mal wieder neu definieren, irgendwelche Schraffuren oder so zusammenklotzen, sondern ich, wie zum Beispiel bei mir, ich habe hier eine Gründung. Ich kann mir jetzt einfach eine Bodenplatte aussuchen, zum Beispiel WU, nicht WU, ne WU, Bodenplattenverstärkung oder auch nicht WU, Bodenplattenverstärkung, Fundamente, Dämmung und so weiter und so fort. Auch Schachtwände, die zum Beispiel Aufzugsunterfahrten beinhalten, sind mit integriert. Oder ich kann natürlich auch zu den Wänden übergehen. Da für mich als Tragwerksplaner die Betonwände viel interessanter sind als die Mauerwerkswände, habe ich den Beton vorne herangestellt und beginne eigentlich immer mit denen. Ja, dann habe ich natürlich noch so Sachen wie den Schalplan. Dann über so intelligente Zeichnungstypen und über Drucksets kann ich das Ganze einfach sehr schnell switchen und ich kann zum Beispiel sagen, jetzt sehe ich nur Layer, die für die Schalplanung relevant sind. Genauso kann ich das für Bewährungsplan und Positionsplan machen. Aber, um zu beginnen, gehen wir einfach mal die Modelle ein bisschen durch, was man hier so macht. Und bevor wir starten, wie gesagt, eigentlich geht man her und sagt, hier, ich kopiere einfach mein Subgrid Vorlaufprojekt und mit dem starte ich dann. Das mache ich jetzt einmal. Also man kann es auch als Projekt, ne, man kann es auch als Vorlage Datei, genau, nach Projektvorlagen kopieren. Dann wird dann das vorgeschlagen, wenn man hier sagt, neues Projekt, dann kann man hier eine Vorlage wählen. Ich mache das immer anders. Ich lasse das einfach hier und kopiere das. Jetzt nenne ich das ganze Projekt einfach Projekt YouTube. Und während jetzt im Hintergrund das alles vorbereitet wird, ist bei mir die Planstruktur und die Bauwerkstruktur und alle intelligenten Dinge, wie Attribuierungen, Visualisierungen, sind jetzt in diesem Vorlaufprojekt getätigt. So, und jetzt schaue ich mir das Projekt an. Auf Projektbezogen öffnen, wo ich eigentlich sage, das ist für mich die Bauwerkstruktur, ist wahrscheinlich der erste Unterschied, dass man hier wirklich in dieser Bauwerkstruktur, arbeitet und nicht in dieser Zeichnungsstruktur. Aus meiner Sicht ist die Zeichnungsstruktur eher so ein digitales Zeichenbrett, wo man sagt, ja, ich, anstatt, dass ich es mit Tusche und mit Bleistift auf dem Papier zeichne, zeichne ich es halt hier in so ein Zeichenstruktur. Dann mache ich mir ein paar Ordner und dann lege ich da paar Teilbilder oder Dokumente ab und dort zeichne ich einfach Blatt für Blatt. Das könnt ihr in dem Fall komplett über den Haufen schmeißen. Ihr macht das anders. Ihr modelliert ein Modell und aus dem Modell generiert ihr dann sozusagen eure Schnitte, die dann assoziativ sich anpassen, wenn ein Durchbruch dazu kommt oder die Bewährung sich ändert, dass sich das alles anpasst. Und ihr habt durch die 3D-Modellierung erstens eine Mengenermittlung, die ihr natürlich tätigen könnt, automatisch, denn jeder Körper weiß ja, wie viel Volumen er beinhaltet und so weiter und so fort. Oder ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr 3D-Modelliert, dass ihr Fehler viel schneller in frühen Leistungsphasen erkennt. Also zum Beispiel, dass irgendwie ein Träger auf eine Stahlplatte oder sowas trifft und dann merkt man, oh, da muss ich auch was aussparen. Das funktioniert ja gar nicht so wie im 2D-Grundrissplan. Papier ist geduldig, aber im 3D sieht man halt gleich, hey, da haben wir noch was zu bearbeiten. Ob ihr das dann sofort umsetzt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ihr könnt schon mal notieren, dass ihr zum Beispiel der Architekt und der Ingenieur schon mal sagt, hey, hier gibt es etwas zu bereden. Und das sieht man wirklich viel schneller halt in 3D als in 2D. In 2D kann man es sogar komplett übersehen und im schlimmsten Fall wird es erst auf der Baustelle erkannt. So, jetzt kommen wir aber zu dieser sogenannten Bauwerkstruktur. Was ist das überhaupt? Ich habe sozusagen diese Bauwerkstruktur mir im Vorlaufprojekt vordefiniert. Ihr könnt das auch einmalig tun und dann seid ihr nämlich ziemlich schnell. Denn gelöscht ist schneller als neu erzeugt. Das heißt, ich habe hier ein Projekt, das heißt jetzt Projekt YouTube, wie wir es gesehen haben. Ich kann hier über die Minusse alles ein- oder aufklappen und habe hier meinen Assistenten abgelegt. Das ist sozusagen, wenn ich etwas anpassen möchte, kann ich das gleich machen. Ist aber jetzt hier irrelevant. Ich habe ein paar Projektinformationen, zum Beispiel wie den Startpunkt. Der liegt in der Liegschaft Projektinformationen. Die Liegschaft, die Gebäude und die Geschosse werden jeweils mit so einem Objekt hinterlegt. Und die drei sind BIM-konform. Es gibt noch weitere, die zeige ich aber gar nicht und verwende sie auch gar nicht. Deswegen zeige ich euch die nicht. Es gibt noch mehrere Strukturen, die Alplan einfach zur Verfügung stellt, damit ihr noch besser strukturieren könnt. Ich komme aber mit diesen aus. Ich habe jetzt hier die Liegschaft Projektinformationen mit einem Startpunkt. Wenn ich diesen öffne, nur dieses Teilbild, ein Teilbild gewählt. Ich kann auch einen Doppelklick drauf machen. Dann habe ich jetzt nur dieses Teilbild des Startpunktes. Wo ist er? Ich suche ihn einfach hier. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, weil wahrscheinlich habe ich den Layer deaktiviert. Deswegen aktiviere ich jetzt alles. Und hier habe ich meinen Startpunkt. Der liegt hier in 3D. Genau dieser Punkt ist der 0, 0, 0 Wert sozusagen in X, Y und Z. Entschuldigung. Hälfte Gott, sagt man bei uns in Bayern. So, jetzt habe ich hier genau den Startpunkt von meinem Projekt. Warum ist der überhaupt wichtig? Theoretisch könnte ich auch hier meine Planung beginnen. Jetzt zeichne ich mal hier irgendwas rein. Hier könnte ich auch mein Gebäude beginnen. Und jetzt lasse ich mir mal alles anzeigen. Jetzt ist von dem Punkt zu dem Punkt, ja, das ist schon, ja, keine Ahnung. Und es sind in Meter, 27 Kilometer, bin ich jetzt vom Startpunkt entfernt. Und jede Koordinate oder jeder Polygon, also jeder Knubbel hier, muss sich in 2D oder in 3D merken, wo stehe ich überhaupt vom Startpunkt entfernt. Und es wird dann eine ganz große Zahl vor dem Komma und nach dem Komma. Und bei einer 32-Bit-Version, da kommt man ziemlich schnell an die Grenze. Aber da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Deswegen hat man so einen Startpunkt, um auch ganz klar zu deklarieren, wenn man im BIM-Business unterwegs ist, dass jeder am selben Startpunkt anfängt. Es wäre toll, wenn dieser Startpunkt durch eine Achse führen würde. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Achse hat. Das wäre A und das wäre 1 oder umgedreht, das ist mir egal. Und genau da durch der Startpunkt gehen würde, dann wäre der genau definiert für einen Ingenieur, für einen TGAler, für einen Architekten. Und alle können dann von diesem Punkt aus modellieren und ihr Modell abgleichen. Ist aber nicht nötig, wenn es kein Open BIM gibt, dann könnt ihr den Startpunkt auch nutzen, zum Beispiel, um eure Gebäudekante zu nutzen. Aber es soll schon in der Nähe vom Startpunkt sein und auch gute Werte haben. Zum Beispiel 1 Meter davon entfernt oder 10 Meter. Nicht 9,9872 verzerrte Meter. Auf gar keinen Fall. Sondern haben wir jetzt hier ein Modell. Das Modell, da ist ja noch nichts drin. Aber es hat schon mal eine Struktur. Und Struktur ist sozusagen mit Struktur steht und fällt jedes Projekt. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Struktur habe, kann ich ganz schnell einfach Geschosse entfernen. Ich habe jetzt hier 5 Geschosse, die alle einer Ebene zugewiesen worden sind. Das sieht man hier an diesen Höhenkoten. Und damit ich nicht andere verbiere, wenn ich im Urlaub bin oder wenn jemand mich vertritt oder mit einsteigen muss in das Projekt, lösche ich einfach am Anfang alle Geschosse raus, die ich nicht brauche. Oder kopiere mir die Gebäude, wenn ich mehrere in ein Projekt erstelle. So, und was ist jetzt der Clou? Der Clou ist, wenn ich zum Beispiel in den Erdgeschossbereich gehe, habe ich 3 Teilbilder zur Verfügung, die ich mir vordefiniert habe. Einmal den EG Grundriss. Im EG Grundriss kommen bei mir Modelle rein, wie Wände, Stützen und Unterzüge. In Planergänzung könnten theoretisch zum Beispiel Einbauteile liegen, es könnten Treppen drin liegen, es könnten andere Fertigteilelemente drin liegen. Und dann die Decke. Und so geht das eigentlich für Geschoss zu Geschoss weiter. Ich habe immer geschaut, dass so 10er Schritte gesprungen wird, denn wenn ich noch ein Teil bebrauche, also ein Dokument dazu brauche, dann kann ich das einfach noch hinzufügen. Per Rechtsklick Teilbilder zuordnen, dann weiß ich jetzt kein Teilbild, was frei ist. Dann gehe ich alles auf die Auswahlliste und kann hier scrollen. Wenn ich die 111 brauche, gehe ich auf die NumLock-Tasten, auf den Nummernblock rechts und gebe ein 111. Und schon werde ich hier hin verfrachtet und weiß, okay, das nächste frei wäre die 114. Und könnt ihr das da jetzt reinziehen. Da könnte ich jetzt einen Namen dazu geben. EG liken, kommentieren. So, das macht ihr jetzt auch gleich. Liken, kommentieren. Und dann geht das Video gleich weiter. Ihr habt 5 Sekunden, das Video jetzt zu liken. Kriege ich gleich ein E-Mail in der Zeit. Cool. So, jetzt haben wir das Ganze. Und jetzt sehen wir, in diesem Geschoss wurde eine Höhe zugeordnet. Also, die Unterkante von EG ist 0. Die Oberkante ist 2,265. Und wo ist die Decke? Schauen wir uns das Ganze mal an. Denn wir haben ein Ebenenmodell, das wir uns erst mal anschauen. Also, der erste Punkt ist, was wir hier machen, wir kopieren uns dieses Projekt. Wir löschen uns Geschosse raus, die wir nicht mehr benötigen. Dann gehen wir in den Ebenenmanager rein. Und dort weisen wir jedem Geschoss die Höhen zu. Jetzt könnte es natürlich sein, dass es ein bisschen verschachtelt ist. Und ihr sagt, wir haben auf dem Erdgeschoss 2 verschiedene Höhen. Einmal den Block, einmal den Block. Wenn das im selben Modell oder im selben Gebäude stattfindet, dann nehmt einfach den Hauptwert. Also, der, wo dominierend ist. Wenn ihr sagt, es ist aber eine Tiefgarage, dann gebt ihr das über einen Tiefgaragenwert ein. Also, ihr könnt hier auch verschiedene Ebenenmodelle erstellen, die dann verschiedene Höhen beinhalten. Ja, und jetzt gehen wir hier her. Hier brauchen wir eigentlich nichts rauslöschen, denn das sehen wir nie wieder. Aber wir müssen natürlich die Werte eingeben. Zum Beispiel, wenn unser EG nicht auf 0,2 liegt, äh, wenn die Bodenplatte nicht 0,2 cm stark ist, sondern 0,25, dann können wir da einfach reingehen, hier was reinschreiben, Enter, und dann werden wir gefragt, ja, okay, jetzt ändern wir das Ganze als 0,25 ab, gar kein Problem. Aber ich möchte von dir wissen, werden diese Höhenquoten nach oben verzogen oder bleiben die gleich und es wird alles nach unten verschoben. Also, wo willst du hin mit deinem 0,25? Jetzt kann ich sagen, ja, unten beibehalten und alles nach oben hier verschieben und schon haben wir hier die 0,25. Und dann kann ich aber auch hergehen und sagen, jetzt möchte ich das Erdgeschoss, ist nicht 2,62, sondern 2,55. Und jetzt kann ich sagen, die unteren Höhen bleiben gleich und du sollst alles nach unten verschieben. Dann mache ich das und jetzt, genau. Hier drüben sehe ich immer die Höhenquoten, kann ich aber auch sehen, wenn ich hier etwas aufklappe, diese einzelnen Segmente. Ich kann das auch über Plus und Minus wieder steuern, aber ich sage immer, wenn ich das alles aufklappe, dann sehe ich immer den Wald vor lauter Bäumen nicht, deswegen klappe ich hier zu, Gebäude 1 und ich gehe ins Erdgeschoss. Ignoriert mal das, das ist ein bisschen, wenn man ein bisschen als, wenn man ja schon ein bisschen geschult ist im 3D-Bereich, wenn man ein bisschen geübter ist im 3D-Bereich, dann ist das vielleicht relevant und ein guter Tipp, noch so Ebenen einzubauen für Fensteröffnungen und Türen. Ansonsten einfach hier strikt Oberkante, Unterkante, Erdgeschoss abfahren. Ihr könnt auch hier reingehen und mit Doppelklick hier die Höhen verändern. Zum Beispiel, wenn jetzt hier im Erdgeschoss, also ich hier farblich erkenntlich gemacht habe, könnt ihr auch sagen, das ist nicht auf 260, sondern auf 265. Klick Enter und hier kommt wieder die Abfrage, was soll nach oben, was soll nach unten. Jetzt haben wir irgendwas gemacht und dann passt das. Wenn ich jetzt bestätige, also ich habe noch ein neues Modell, Nähengewäude, Tiefgarage, kann auch das Ganze duplizieren, mache ich aber jetzt nicht, ich sage jetzt einfach mal OK. Dann hier einfach ignorieren für das erste Mal und einfach OK klicken. Jetzt wurden alle Geschosse danach ausgerichtet. So, jetzt habe ich nur hier, jetzt schauen wir uns aufs Erdgeschoss. Ich habe hier in meinem Vorlaufprojekt immer noch die EG-Decke vergessen. Das ist aber gar kein Problem nicht, denn dann kann ich es euch zeigen. Hier, alles was jetzt hier keine Zahl dran stehen hat, diese Dokumente, die greifen auf diese Ebene in diesem Geschoss hierzu, die hier vorher definiert ist. möchte ich jetzt die EG-Decke auf andere Höhen definieren, was ich auch muss, klicke ich einfach hier rein. Und jetzt kann ich der Decke eine andere Zuordnung geben. Bei der EG-Decke ist die Unterkante die Erdgeschoss-Oberkante und die erste Unterkante ist die Oberkante der Decke. Und dann bestätige ich einmal und dann sage ich, okay, jetzt wird mir auch im Blau hier angeschrieben, hey, hier ist etwas anders als im Geschoss definiert, damit man auch selber weiß, was hier passiert. Anfangen zu modellieren, würde ich nie die Bodenplatte, sondern erstmal die Wände. Warum? Weil meistens hat man bei der Bodenplatte dann einen Überstand und dann wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt gehe ich in den EG-Grundriss rein und hole mir noch den Startpunkt in Grau dazu, also im Passiv, dass ich den nicht verändern kann. Und dann habe ich hier den Startpunkt. Jetzt könnte ich theoretisch über die Action Bar auf Architektur gehen, dann auf Ausbau und kann mir hier zum Beispiel eine Wand suchen, wenn ich denn möchte. Allerdings muss ich dann sehr viele Sachen mir selber einstellen. Alplan merkt sich zwar immer die letzte Einstellung, aber wenn man das einmal macht, dann könnte man das Ganze auch abspeichern und wiederfüllen. Das heißt, wenn ich hier in die Eigenschaften reingehe, habe ich die Möglichkeit, mehrere Schichten anzubringen, zum Beispiel wie eine Dämmschicht. Ich kann sagen, wie dick die Schicht ist, zum Beispiel 0,12. Ich könnte die Höhe von der Dämmung verändern und so weiter und so fort. Ich kann die Schraffur verändern. Moment, wo ist denn das? Ja. Ich könnte die Muster anders darstellen. Ich könnte eine Schraffur darstellen für diese Wand. Allerdings habe ich das nicht mit einer Schraffur oder einem Muster oder Füllfläche gelöst, sondern über eine Stilfläche. Stilfläche. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Die Stilfläche ist sehr intelligent. Die Stilfläche beinhaltet nämlich folgendes, der kann ich nämlich was zuweisen. Jetzt, wenn ich das einmal so erstelle, machen wir mal eine 10 Meter Wand in X-Richtung und drehen das Ganze um. Enter bestätige ich. Und Escape, Escape, Escape. Jetzt habe ich hier einfach mal eine Wand gezeichnet. Was sind die Höhenquoten von dieser Wand? Schauen wir einmal nach. Mit Messen, Koordinaten und hier die Navigation ausstellen. Klicke ich einfach mal eine Höhenquote an und sehe hier, 2,65 Meter ist Oberkante und die Unterkante liegt auf 0,10. Jetzt schauen wir uns das Ganze hier an. 0,10 und 2,65. Das heißt, wenn ich jetzt in den Ebenen-Manager reingehen würde und würde hier zum Beispiel 2,70 Meter draus machen, wenn wir halt nach oben verschieben, okay, okay, okay. Hier wieder rein und jetzt schaue ich nach. Die Oberkante hat sie jetzt auf 2,70 Meter verschoben. Somit kann man ganz schnell das ganze Gebäude nach oben oder nach unten verfrachten, vor allem, wenn sich auf einmal die Deckenstärke vom lieben Tragexplaner verändert. Meistens irgendwie von 20 auf 22. Sowas passiert ständig. Und dann kann man einfach sagen, das ganze Geschoss soll herab- oder runtergesetzt werden. Und das kann man jederzeit halt dann verändern. Gut. So, jetzt habe ich hier eine Wand. Die schaut für mich nicht so tolle aus. Deswegen zeige ich es trotzdem vom Assistenten. Ich muss mich hier als Tragexplaner einfach entscheiden, habe ich ein WU-Beton oder Ort-Beton oder Normal-Beton. Und ich habe hier noch eine Unterscheidung bei mir selber, privat oder firmentechnisch, ob es eine Wandscheibe ist oder nicht, in WU oder nicht. Jetzt sage ich einfach mal, ich habe Ort-Beton mit einer Dämmung. Dann mache ich hier auch wieder 10 Meter lang. Ich verschiebe beide Wände von dem Punkt zu dem Punkt, dass der identisch ist. Dann gehe ich auf Löschen und lösche diese Wand. Jetzt habe ich hier eine wunderschöne Wand mit Dämmung. Die Oberflächen habe ich selber gewählt. Also bitte nicht verurteilen. Für mich ist die Dämmung eh so unrelevant. Aber gut, jetzt habe ich hier eine Betonwand und hier eine Dämmung. Und ihr seht sogar, dass die Schichten unterschiedlich hoch sein können, dürfen, wenn ich denn möchte. So, aber, jetzt könnten wir uns vorstellen, jetzt bin ich in der Schalplanung. Wunderbar, kann das alles vermaßen. Aber die Bewährung, wenn ich das Ganze in Farbig ausgebe, sieht dann nicht so toll aus, weil das Grün das Blau verbergen würde. Aus dem Grund kann ich einfach sagen, okay, ich habe einen anderen Zeichnungstypen. Stelle auf Bewährung das Farbe um. Stelle den Layer hier. Ingenieur war die Bewährung gesamt ein. Und sehe jetzt hier meine Wand in den Farben für den Bewährungsplan. Also ich habe einfach umgeschalten und sage, okay, jetzt sehe ich dann die Blau Bewährung hier drin. Die Schraffur ist weg. Wunderbar, interessiert mich nur für den Schallplan. Gut, jetzt mache ich das Ganze wieder rückgängig und gehe wieder zurück in den Schallplan. Und auch hier switche ich wieder in den Schallplan um. Wunderbar. Ja, wir haben jetzt gesehen, welche Höhe die Wand hat. Wir können natürlich die Höhen auch komplett anpassen. Nicht nur die Höhen, wir können auch die Geometrie wählen, zum Beispiel rechteckig. Da drehen wir das Ganze. Wir können auch sagen, rund, bitte nicht. Ja, also auch das ist möglich. auch Kreisformen und ja, gibt es so viele Formen, auch Spline. Ich möchte eigentlich bloß rechteckige und graue Wände haben, wenn es geht. Aber natürlich ist das auch anders möglich. Ich drücke nochmal die F4-Taste, dann kommt dieses Animationsfenster. Das kann ich aber auch über Fenster hier steuern. Zum Beispiel, dass ich sage, ich will ein Fenster haben oder ich möchte zwei Fenster haben. Dann habe ich zum Beispiel hier die Möglichkeit, die Südansicht zu wählen. Ich kann eine Isometrie-Ansicht auswählen. Ich kann die Isometrie auch von Draht auf Animation stellen und habe das ganze Ergebnis wieder so da. Also auch hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Das Wichtigste ist aber eigentlich die Höheneinstellung. Es ist nicht das Wichtigste, aber eines der wichtigsten Dinge. Ich kann natürlich hier die Stärke verändern von den jeweiligen Komponenten, also vom Stahlbeton und von Wärmedämmung. Und auch die Höhen könnte ich hier einstellen. Aber, wir haben es gerade gesehen, ich will die einzelnen Schichten einstellen. Deswegen habe ich hier einzelne Schichten. Hier kann ich oben oder unten einmal draufklicken und dann die jeweilige Schicht bearbeiten. Aus meiner Tragwerksplaner-Brille ist es wichtig, dass der Stahlbeton an Schicht 1 ist. Denn wenn ich mich die Dämmung entfernen möchte, gehe ich einfach auf eine Schicht und schon ist die Dämmung weg. Ansonsten, wenn ich die Dämmung an der ersten Stelle hätte, und gehe dann auf Minus, dann habe ich nur noch die Dämmung da und ich plane keine Dämmung. Aus dem Grund habe ich das so vordefiniert. So, und jetzt sage ich einfach mal, okay, ich möchte die Wand in einem Bereich höher oder niedriger machen. Machen wir mal niedriger machen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, erst einmal zu sagen, hier ist meine Unterkante definiert von der Wand und hier ist meine Oberkante definiert von der Wand. Ich kann sagen, möchte ich die Oberkante anhand dieser Ebenenoberkante ausrichten oder möchte ich sie anhand der Unterkante ausrichten. Zum Beispiel könnte ich sagen, okay, ich habe eine Unterkante von der Ebene, also wir erinnern uns, in dem Ebenenmanager sind zwei Ebenen bekannt gegeben und dann könnte ich einfach sagen, zwei Meter von der unteren Kante nach oben. Ich bestätige einmal und jetzt setze ich diese Wand, schauen wir uns das Ganze von der Seite an und jetzt haben wir hier zwei Meter. Ich kann das Ganze messen, von oben nach unten, zwei Meter. Ich gehe da wieder rein und habe, das könnte bei manchen Fällen nützlich sein, und jetzt gehe ich wieder rein in diese eine Schicht und sage, okay, ich habe jetzt nicht zwei Meter von der Unterkante, sondern ich möchte auf die Oberkante die Ebene und hier noch, ich bin jetzt hier auf 270, ich möchte aber auf 275 in einem Bereich. Dann gebe ich einfach noch fünf Zentimeter hinzu, den Meterangaben und schon habe ich jetzt 265 Meter. Also, wir gehen nochmal in die Schicht rein. 010 sind wir schon gestartet, also das heißt, 2,60 Meter sind Standardhöhe und ich habe noch fünf Zentimeter hinzugegeben, deswegen die 265. Ich habe auch die Möglichkeit, über Absolutquoten zu koordinieren, allerdings muss man hier aufpassen, ist nicht so empfehlenswert, weil wenn man mit dem Ebene-Manager arbeitet, dann möchte man sich eigentlich immer an der Ebene ausrichten. Das heißt, wenn sich da eine Deckenstärke ändert, dann würde sich nichts ändern, wenn wir hier die Coten hier mitnehmen. Das heißt, wenn ich hier die Cote nehme, 010 und hier gebe ich 270 ein, dann habe ich das selbe Ergebnis zwar, aber das heißt, wenn ich jetzt den Ebene-Manager anpassen würde, wir ändern das Erdgeschoss, keine Ahnung, Höhenbeierbarung nach oben verschieben, okay, okay, mit fester Höhenlage, Absolutquoten in Z-Richtung mitverschieben, dann sage ich hier ja zum Beispiel und da kann ich so wie einstellen und das macht keinen Spaß dann. So, jetzt sehen wir schon, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt irgendwas verändert haben oder nicht, egal, auf jeden Fall, ich würde nicht mit diesen Höhenkoten arbeiten, weil das führt zu Problemen. Also natürlich könnt ihr das machen, denn einen Vorteil hat es trotzdem, wenn ich eine Höhenkote so besteuere, mit Absolutquoten, dann kann ich das Ganze nämlich auch modifizieren. Ich gehe mal hier in den Drahtmodus und zeige euch die Punktmodifikation über diese zwei Wände. Links haben wir über die Absolutquoten, rechts ohne. Jetzt setze ich das Ganze einfach mal hier nach oben. Und ihr seht, links wurde es abgeändert, rechts nicht. Kann ich das über einzelne Schichten machen? Aha. Ach, genau, die Dämmung hatte ich nicht ausgerichtet. Das heißt, die Dämmung hatte keine Absolutquoten. Das müsst ihr jetzt eigentlich erst machen. Dann kann ich auch das Ganze hier Punkt modifizieren. Aber das erklärt sich wirklich alles ziemlich schnell von selbst. Ich kann auch den Ganzen sagen, du sollst dich einer Ebene oben oder unten anpassen, zum Beispiel mit der Funktion. Das heißt, ich klicke dann das Bauteil, zum Beispiel wie die Decke an, wenn die schräg ist, und sage, die Oberkante soll sich der Schräge der Decke anpassen. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Ich könnte auch sagen, die Unterkante soll nach der Ebene ausgerichtet werden, mit null Abstand und zwei Meter nach oben versetzt werden. Auch das ist eine Möglichkeit. Und jetzt habe ich hier eine zwei Meter hohe Wand. Es kommt immer darauf an, auf dem Fall der Fälle. Ich lösche das Ganze hier raus, gehe nochmal in den Grundriss rein, hier nochmal in die Isometrie, Animation und schaue das Ganze an. Ich kann jetzt auch, wenn ich zurück in meine Bauwerkstruktur gehe, habe ich hier, für den Ingenieurbau, ich habe es jetzt auf der linken Seite, weil das BIM-konform ist, hier meine Planung. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Detailschnitte machen von den Wänden. Mache ich jetzt einmal, und da ich ja 3D unterwegs bin, muss ich da gar nicht viel machen, sondern einfach nur einen Schnitt generieren. Ich muss sagen, wo ist denn der Schnitt? Ich habe hier die Möglichkeit, einfache Eingabe. Da kann ich Horizontalschnitte oder Vertikalschnitte machen. Ich kann hier sagen, über die Höhenquoten, ob es eine Untersicht, Deckenuntersicht oder Draufsicht sein soll. Ich gehe auf Erweitert in meinem Fall. Ich mache Normal, ich mache Klappen, Schnittkörper, keine Deckenuntersicht, Schnittbezeichnung, nenne ich jetzt einfach mal YouTube Liken. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, eine Oberkante festzulegen und eine Unterkante von meinem Schnitt oder ich könnte Höhe aus Elementen nehmen. Dann habe ich schon mal eine vordefinierte Höhe, wo genau diese Körper alle drauf sind. So, jetzt mache ich den Schnitt. Wenn ich zum Beispiel eine Ansicht machen möchte, oder, ja, machen wir meine Ansicht von hier nach hier. Das ist jetzt mein Schnittbereich, um den es sich handelt. Und jetzt kann ich sagen, von welcher Seite aus soll denn die Sicht sein? Möchte ich eine Draufsicht haben, gehe ich in diesen Kreis hinein. Ich kann auch sagen, die Schnittlinie soll gar nicht mit abgesetzt werden. Dann könnte ich zum Beispiel die Draufsicht hier machen. Höhe aus Elementen. So, ich mache das jetzt so, die 1. Ich schaue von innen nach außen, weil der Schaler, der auf der Baustelle ist, der will das von innen nach außen sehen, weil der nicht im Dreck steht, sondern auf der Bodenplatte. Und dann kann ich das Ganze hier irgendwo absetzen. Ich empfehle aber immer nicht irgendwo, sondern ich verschiebe das Ganze, dass diese Kante der Wand, rechts klick, x fest, hier irgendwo dann stattfinden wird. Das heißt, das hat eine genaue Fluchtung. Ja, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ich kann natürlich auch noch die Höhe von meinem Schnittbereich ändern. Das ist aber dann sozusagen eine Detailschulung, die führe ich jetzt gar nicht aus. wenn ich jetzt zum Beispiel hergehen würde, na, das hat es nicht. Ich kann jetzt zum Beispiel eine Tür einbauen, eine Tür mit Schwelle oder ein Fenster. Das sehe ich aber in meinem Schalter nicht, weil ich es deaktiviert habe, die Schwelle. Ich mache einfach meine Tür hier rein. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, hier, zack, eine Tür. Bezugspunkt wird jetzt abgefragt von hier nach hier wären jetzt 5,72, 7,2. Macht natürlich gar keinen Sinn. Deswegen mache ich mal 5,50 Meter. Bestätige einmal, dann wird die Öffnungsbreite abgefragt. Dann sage ich, okay, die Höhe könnte ich jetzt wieder mit einem Doppelklick aktivieren. Und jetzt habe ich hier eine Tür drin. Schauen wir das Ganze an, ob mir das so schmeckt. Und jetzt schauen wir mal hier in den, in den Schnitt rein. Was ist hier passiert? Was ist denn hier wirklich passiert? Ich mache einfach nochmal einen neuen Schnitt. Ich glaube, ich habe die Deckenuntersicht angehabt. Glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. So, nochmal. Deckenuntersicht ist deaktiviert. Was willst du dann? Dann blick doch. Also, Blickrichtung. Natürlich die Blickrichtung. Gut, jetzt setzt ihr das nochmal hier ab. Und jetzt sieht man, die Tür hat sich mit abgeändert. Was ist denn diese zweite Linie? Das ist natürlich die Kante der Dämmung, die hier entstanden ist. Wenn ich jetzt hier einen Schnitt wage, jetzt so ein Schnitt, den möchte ich in ich möchte die Höhe der Elemente nicht haben. Bäder. Bäder. Was ist denn los? Ansicht und Schnitte modifizieren. Do. Jetzt bin ich dem seltenen Ding drin wie vorher. Ganz toll. Schnittwürfchen. Darstellen. Äh, jetzt auch. Genau. Jetzt habe ich die Möglichkeit, die Schnitthöhe per Klick zum Beispiel hier zu verändern. Dann habe ich einen größeren Schnittbereich oder einen kleineren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Schnitt mache, dann kann ich über... Man sieht das, es wird jetzt blau markiert bei mir. Hier sagen, ich möchte jetzt hier in diesem Schnitt einen weiteren Schnitt machen und den mache ich zum Beispiel jetzt von hier nach hier. Blick von rechts nach links. Nenne den ganzen Zeug jetzt einfach Schnitt 2 und kann das Ganze hier absetzen. Am besten wieder Am besten wieder von hier und wenn ihr in der Trauerwerksplanung unterwegs seid nicht in der Architektur dann empfiehlt es sich diese Schnittlinie denn das ist jetzt unser Schnittbereich möglichst nah an die Tür zu setzen weil ich Punkt modifiziere das Ganze Punkt not du du y fest von dem Punkt aus minus 0,01 wir stellen uns vor dass wir hier Saumbügel haben und hier dann so ein 12 Eisen vielleicht hier noch ein Diagonaleisen irgendwie so hier haben wir so geschlossene Bügel die noch in die Decke mit reinragen und dann auch noch 12 Eisen jetzt haben wir den Schnittbereich von hier nach hier gewählt und sehen dann in diesem Schnitt diese Eisen und wenn der Schnittbereich aber bis hier raus geht dann sehen wir auch diese Saumbügel in diesem Schnittbereich und das wollen wir natürlich nicht wenn wir noch irgendwas ergänzen wollen irgendwelche Kanten dann können wir das auch in 2D noch hinzufügen aber das hier bleibt alles assoziativ was wir hier haben und wenn wir vielleicht noch einen weiteren Schnitt machen würden dann sage ich okay hier und dann setzen wir das Ganze vielleicht hier nach hier ab dann können wir auch zum Beispiel die Matte dann anzeigen im Bewährungsfeld auch wenn das vielleicht hier gar nicht so relevant wäre aber wir können so viele Schnitte wie möglich machen und es wird immer alles gleich live mitgeändert das heißt wir haben hier einen riesen Vorteil dass das Ganze assoziativ ist jetzt können wir auch hier die Wand aktivieren Doppelklick drauf und können zum Beispiel die Wandhöhe verändern sagen wir jetzt auf 2,80 plötzlich ok und jetzt haben wir hier 2,80 und in jedem Schnitt wurde das mitgeändert können wir einfach nachprüfen hier messen und hier messen 2,80 genauso wie die Türöffnung die können wir auch aktivieren hier und sagen die Öffnungshöhe von 2,11 m soll jetzt einfach mal 2,15 m werden wir sagen einmal machen wir noch beiseitig ok und jetzt haben wir hier im Grundriss die Schwelle mit hinzugefügt links und rechts und wir haben wie wir haben gesagt 2,15 m glaube ich und hier noch hier hier haben wir die 2,15 m ja jetzt haben wir hier die Wände schon mal perfekt eingebaut und auch visualisiert ich glaube das reicht erstmal für das erste wenn ihr hier zu fragen habt alles in die Kommentare oder über info at subgrade.academy ich beantworte jeden eine Frage der auch hier ein Like da gelassen hat und das nächste Video anschaut jetzt kommt die Endcard servus ciao ciao euer Peter bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal